hallo leute hier ist wieder euer mario kirby und willkommen zurück zu neuen part show show part. heute machen wir meinen level up auf level 97 und mir fehlen nur noch 4 xp so dann kriegen wir gleich einen schritt Ich bin das Affe. Ja, mhm. Alter, könnte ich mal aufhören damit jetzt... Leute! Stopp! Alter, ich weiß, ob ich gar nicht mehr schießen soll. Ich bin das Affe. Ja, wenn man nicht mehr damit macht. Ne, 86. Komm, wisst ihr was? Ich brauche nur die Waffen. Alter, jetzt nehmen die... Können die mal aufhören? Ja, ich setze noch erstmal ein Schild ein. Das ist auf jeden Fall meins. Was? Mhm. Schade. Ja, trifft nicht, ne? Ne. Tja Till. Hm. Hm. Schlimm mit denen. War nur 72, hallo? Oh. Ich bin schon wieder zusammen. Und Xander. Wo ist der jetzt? Ach, da unten. Nein, jetzt ist er da unten. Oh. Diese Leute. Nee. Wer ist jetzt da grad geläftet? Aber okay. Ich weiß aber nicht, was ich einsetzen soll. Keine Ahnung, schieß ich. Hm, das Ding mit. Ja. Ja gut, hab ich gesagt. Ja. Mann. Super, Bruder. Triffst ihn nicht. Wow. 181 hat der und der hat noch. 189. 184. Scheiße. Ich muss noch eine Runde überleben. Das ist mies. Das ist richtig mies. Wie im Teufl ist. Wie im Teufl ist, was ihr? Was ist das? Mann. Woh. Woh. Wir sind. Im Teufl ist von Wohin. Wohin. Wir sind Wohin. Wir sind. Das war's für heute. Das ist mein Leben ab. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein Film machen oder nicht? Erstmal hier. So, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr alles noch ein Like habt und vielleicht sogar ein Abo. Und jetzt im Anschluss seht ihr noch mein Lotterie-Upgrade, mein Livorn-Upgrade und mein M-Roller-Upgrade. Bis dann und Ciao! 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 Ciao!